Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video möchte ich ein bisschen über die Turing-Maschine plaudern. Wir haben uns kürzlich in einem Video schon mit dem Thema der Algorithmen beschäftigt, also der Frage, wie wir überhaupt Prozesse an eine Maschine delegieren können. Genau das erfasst die Turing-Maschine als theoretisches Konzept sehr gut. Diese Maschine ist in den 1930er Jahren von Alan Turing erfunden worden, wie es der Name schon nahelegt. Er hat sie als ein Konzept entwickelt, um damit einen theoretischen Nachweis für bestimmte logische Fragestellungen aus der Mathematik zu untersuchen. Insbesondere ein Problem, das schon auf den Beginn des 20. Jahrhunderts zurückzuführen ist, eines der sogenannten Hilbertschen Probleme. Das konkrete Problem ist das sogenannte Entscheidungsproblem, das Hilbert 1928 formuliert hat. Um zu beweisen, dass dieses nicht lösbar ist, hat Turing diese Maschine entwickelt. Dies ist keine echte Maschine, sondern ein Gedankenmodell, eben eine theoretische Maschine. Turing hat diese Überlegungen 1936 publiziert, also einige Jahre bevor die ersten modernen Computer entstanden sind. Wie wir schon gehört haben, gab es zu diesem Zeitpunkt durchaus schon Rechenmaschinen und dergleichen, aber noch keine programmierbaren digitalen Computer, wie wir sie heute kennen. Diese sind erst ab Mitte der 1940er Jahre entwickelt worden. Das theoretische Konzept geht also den praktischen Geräten voraus, wobei die praktischen Geräte auch gar nicht auf diesem Prinzip beruhen, sich aber dennoch mit ihm beschreiben lassen. Die Turing-Maschine ist also ein theoretisches Modell eines Computers und sieht so aus, wie wir das hier rechts auf diesem Bild sehen, dass Joseph Weizenbaum in seinem Buch Computer Power and Human Reason benutzt. In der deutschen Übersetzung trägt dieses den unglücklichen Titel Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft. Um damit die prinzipiellen Grenzen von Informatik zu erklären. Die Turing-Maschine gibt als theoretisches Konstrukt die Antwort auf die Frage, was überhaupt von einer Maschine berechenbar ist. Darauf kommen wir gleich noch einmal zu sprechen. Weizenbaum verwendet dieses sehr einfache Bild, mit dem man die prinzipielle Funktionsweise einer Turing-Maschine erläutern kann. Und das möchte ich im Folgenden auch tun. Wir werden gleich einmal eine solche Maschine durchspielen und uns dann hinterher fragen, was wir da eigentlich getan haben. So ähnlich wie wir das zuletzt schon beim Abacus gemacht haben, den wir algorithmisch durchgespielt haben. Wir bedienen erst einmal die Maschine und stellen uns also ganz dumm wie die Maschine selbst. Erst hinterher fragen wir dann, was wir denn da eigentlich jetzt angerichtet haben. Die Maschine sieht so aus, dass sie ein sogenanntes einseitig unendlich langes Band hat. Also auf der einen Seite haben wir ein Ende, an der anderen Seite aber ist es beliebig lang oder kann bei Bedarf beliebig verlängert werden. Das ist natürlich schon ein Punkt, in dem sich dieses Ding von einem echten Computer unterscheidet, denn ein echter Computer ist immer endlich groß. Wir haben nur begrenzten Speicherplatz. Diese Turing-Maschine hat im Prinzip unendlich viel Speicherplatz. Der Speicherplatz selber ist sehr einfach aufgebaut. Er besteht aus einzelnen Zellen, hier symbolisiert durch die Blätter einer Klopapierrolle. In diesen Zellen, also auf jedem Blatt der Klopapierrolle, können einzelne Zeichen stehen, im Prinzip beliebige Zeichen. Weizenbaum verwendet in diesem Beispiel einfach schwarze und weiße Steine als diese Zeichen, aber es könnten genauso gut Nullen und Einsen sein. Wir sehen, dass es auch leere Zellen geben kann. Das sind also die Zeichen, die auf diesem Band liegen können. Es gibt zusätzlich noch einen weiteren schwarzen Stein, der außerhalb des Bandes liegt. Dieser markiert, an welcher Stelle sich unser sogenannter Schreiblesekopf befindet. An dieser Stelle und nur an dieser Stelle kann die Maschine nachgucken, was dort auf dem Band steht. Wir als Menschen können zwar das ganze Band überblicken und die Position und Anordnung der Steine erkennen, die Maschine aber kann das nicht. Dieser Kopf ist ähnlich wie bei einem Tonbandgerät oder einem Kassettenrekorder, die Älteren unter uns mögen sich erinnern, bei dem der Kopf immer an einer bestimmten Stelle steht. Was anderswo auf dem Band, davor oder dahinter steht, weiß der Kopf nicht, weiß die Maschine nicht. Wir können nur ermitteln, was an einer bestimmten Stelle, in einer bestimmten Zelle steht, indem wir den Kopf dorthin bewegen. Und genau das werden wir gleich immer wieder tun müssen, denn dieser Kopf lässt sich bewegen. Er kann in jedem Schritt um eine Position nach rechts oder links bewegt werden oder auch einfach stehen bleiben. Daneben gibt es noch eine weitere Komponente, das ist hier dieser Würfel. Ein Ding, das auch potenziell bliebig viele Zustände haben kann, aber immer nur endlich viele. In dem Beispiel, das wir uns hier anschauen und durchspielen werden, brauchen wir nur sechs Zustände. Deshalb kann man das hier sehr schön mit diesem sechseitigen Würfel symbolisieren. Wenn wir mehr Zustände hätten, bräuchten wir eine andere Visualisierung, aber die Maschine könnte durchaus auch mehr als sechs Zustände haben. Was macht nun diese Maschine in jedem Arbeitsschritt? Die Maschine läuft irgendwann los, wir drücken sozusagen auf den Startknopf, den sie nicht hat, und dann läuft die Maschine los. Der Schreiblesekopf guckt nach, welches Zeichen sich in der Zelle befindet, auf die er gerade guckt. In diesem Fall wäre das ein weißer Stein. Dann müssen wir in einem Regelwerk nachgucken, einer Zustandsübergangstabelle, ganz ähnlich wie wir das im letzten Video zum Abakus gesehen haben. In dieser Tabelle sehen wir nun nach, was wir tun sollen, wenn unser Würfel sich in einem bestimmten Zustand befindet, in diesem Fall im Zustand 1, und wir außerdem ein weißes Zeichen sehen. Was sollen wir dann tun? Dann sind immer drei Arbeitsschritte auszuführen, wie das links unten auf der Folie nachzulesen ist. Wir können zunächst einen neuen Zelleninhalt schreiben. Wir können dann den Zustand wechseln und wir können anschließend unseren Kopf nach links oder rechts bewegen oder die Maschine anhalten. In unserem Beispiel hier auf der Folie sind wir im Zustand 1 und sehen einen weißen Stein. Dann könnten unsere Regeln beispielsweise besagen, dass wir im Zustand 1 bleiben sollen, erneut einen weißen Stein in die Zelle legen sollen. Da kommt dann kein zweiter Stein dazu, sondern was immer zuvor dort lag, wird ersetzt durch einen frischen weißen Stein. Anders gesagt, wir können den dort liegenden weißen Stein in diesem Fall einfach liegen lassen. Dann könnte die Regel vorschreiben, dass wir den Kopf um eine Zelle nach links bewegen sollen. Die Regel könnte auch besagen, dass wir nichts schreiben sollen. Dann würde das bedeuten, dass wir den Stein, der dort liegt, falls dort einer liegt, entfernen sollen. Wir überschreiben also immer das Feld, auf das wir gerade schauen. In diesem Fall durch entweder einen weißen Stein oder einen schwarzen Stein oder gar nichts. Und wie sieht nun das Programm für diese Maschine aus? Nun, das sieht jetzt so aus, dass wir eine solche Zustandsübergangstabelle haben, ähnlich der, die wir neulich schon beim Avacus kennengelernt haben. Daher ist das hier auch ganz ähnlich aufgeschrieben. Wir sehen hier nun beispielsweise, dass wir, wenn der Würfel wie gerade gesagt eine 1 zeigt und wir als Zeichen weiß lesen, in der dritten Zeile dieser Tabelle nachschauen müssen. Dort steht, wir sollen den Würfel auf 1 setzen, er bleibt also auf 1, wir sollen das Zeichen weiß schreiben, das Zeichen in der Zelle bleibt also unverändert und wir sollen den Kopf nach links bewegen. Es gibt aber auch andere Situationen, in denen tatsächlich etwas mehr passiert. Nehmen wir zum Beispiel an, wir befinden uns im Zustand 2 und wir lesen weiß. Dann würden wir jetzt den Würfel in den Zustand 5 ändern, würden anschließend nichts schreiben. Das heißt, wir würden den bislang dort liegenden Stein wegnehmen und nichts in diese Zelle hineinschreiben und anschließend den Kopf nach rechts bewegen. Der Kopf muss sich nicht bewegen. Er könnte auch stehen bleiben, aber in diesem Programm bewegt er sich immer. Jetzt wollen wir einfach mal nachgucken, was dieses Programm macht. Dies ist ein konkretes Programm für diese Turing-Maschine. Wir könnten natürlich auch ein ganz anderes Programm haben, eine andere Zustandsübergangstabelle. Die würde dann etwas ganz anderes tun. Dieses Programm, von dem wir im Moment überhaupt keine Ahnung haben, was es tut, möchte ich jetzt einmal durchspielen und dafür starte ich jetzt einmal meine Turing-Maschine. Hier haben wir also jetzt unsere Turing-Maschine. Hier haben wir einmal das Band, kein Klopapier, weil das wegen Pandemie und Ukraine-Krieg zu teuer ist. Ich habe das stattdessen hier aufgemalt. Dann haben wir hier eine Folge von Stein und hier haben wir eine zweite Folge von Stein, sowie das Leerzeichen dazwischen. Also genau das, wie wir das gerade auf den Folien gesehen haben. Der Schreiblesekopf soll an dieser Stelle stehen, so war es auf der Folie zu sehen. Und wir befinden uns am Anfang im Zustand 1. Jetzt kann die Maschine loslaufen, indem wir nacheinander die Anweisungen ausführen, wie sie in der Tabelle stehen. Wir müssen also zunächst in der Tabelle nachgucken, welche Ausgangslage wir haben. Der Würfel zeigt eine 1 und wir sehen ein weißes Zeichen. Wir gucken also in der entsprechenden Zelle nach und sehen, dass wir den Würfel auf 1 setzen. Er bleibt also, wie er ist. Wir schreiben in die Zelle am Schreiblesekopf ein weißes Zeichen. Das steht da schon. Es wird also ein neues weißes Zeichen quasi geschrieben und sollen den Kopf um 1 nach links setzen. Nun gucken wir wieder nach. Der Würfel ist im Zustand 1 und wir lesen ein weißes Zeichen. Wir sollen also den Würfel in den Zustand 1 setzen und wieder ein weißes Zeichen schreiben und den Kopf wieder um 1 nach links bewegen. Das Spiel wiederholt sich. 1 und weiß heißt 1 und weiß und links. Jetzt passiert aber etwas anderes. Wir sind immer noch im Zustand 1, lesen nun aber ein schwarzes Zeichen. Wir sollen also in den Zustand 2 wechseln. Wir sollen nichts schreiben, also das Zeichen in der Zelle entfernen. Und wir sollen den Kopf um 1 nach links bewegen. Jetzt sind wir im Zustand 2 und wir lesen nichts. Das bedeutet, wir sollen in den Zustand 2 gehen, nichts schreiben und den Kopf um 1 nach links bewegen. Wir sind im Zustand 2 und lesen schwarz. Das bedeutet, wir wechseln in den Zustand 3. Wir schreiben nichts und wir bewegen den Kopf nach links. Nun sind wir in Zustand 3 und lesen ein weißes Zeichen. Das heißt, wir sollen in den Zustand 5 wechseln. Wir sollen nichts schreiben und unseren Kopf nach rechts bewegen. Jetzt sind wir in Zustand 5 und lesen nichts. Das heißt, wir sollen in den Zustand 5 gehen, nichts schreiben und den Kopf nach rechts bewegen. 5 und nichts bedeutet 5 und nichts und rechts. 5 und nichts bedeutet 5 und nichts und rechts. 5 und weiß bedeutet Zustand 1. Weiß schreiben und den Kopf wieder nach links bewegen. 1 und nichts bedeutet, wir gehen in den Zustand 3. Wir schreiben weiß und bewegen den Kopf nach links. 3 und nichts bedeutet 3 und nichts und links. 3 und nichts bedeutet 3 und nichts und links. 3 und weiß bedeutet 5 und nichts und rechts. 5 und Nichts bedeutet 5 und Nichts und Rechts. 5 und Weiß bedeutet 1 und Weiss und Links. 1 und Nichts bedeutet 3 und Weiss und Links. drei und nichts bedeutet drei und nichts und links, drei und nichts bedeutet drei und nichts und links, drei und nichts bedeutet drei und nichts und links, drei und schwarz bedeutet vier und nichts und rechts, vier und nichts bedeutet vier und nichts und rechts, vier und nichts bedeutet 4 und nichts und rechts. 4 und weiß bedeutet 6 und weiß und links. 6 und nichts bedeutet Zustand 0 und schwarz und rechts. Und damit sind wir fertig. Das Programm endet, sobald wir Zustand 0 erreicht haben. Ich hatte diesen Endzustand vorher nicht explizit erwähnt. Damit sind wir jetzt also durch. Was aber haben wir nun gemacht? Hier liegen jetzt fünf weiße Steine nebeneinander. Das können wir beispielsweise als eine Zahl in unärer Kodierung interpretieren. Diese fünf Steine könnten also die Zahl 5 repräsentieren. Wenn ihr euch an die Videos zur Geschichte oder zur binären Kodierung zurückerinnert, die haben wir da schon einmal gesehen. Das wäre gewissermaßen wie die Kodierung einer Zahl in einem Kerbholz. Wenn man die Zahl 5 darstellen wollte, hat man einfach fünf Kerben in das Holz geschlagen. Und hier haben wir fünf Steine, die diese Zahl repräsentieren. Unsere Zahl wird eingeschlossen von diesen beiden schwarzen Zeichen. Wenn wir das so interpretieren, was ich mir natürlich vorher überlegt habe, dann hat diese Maschine mit dem Programm, das wir da gerade ausgeführt haben, also durchaus etwas Sinnvolles getan. Und das, ohne dass wir wissen mussten, was wir da eigentlich tun. Wir haben nur ganz stumpf das Verfahren befolgt. Überlegen wir noch einmal, was am Anfang auf dem Band stand. Ich stelle noch einmal den Originalzustand her. Der sah so aus, dass wir hier zwei Steine hatten und hier rechts drei Steine hatten. Wir hatten hier also zwei Zahlen, die jeweils von schwarzen Steinen eingeschlossen waren. Das eine ist die Zahl 3, die wir hier haben. Das andere ist die Zahl 2. Was haben wir gerade gemacht? Unsere Maschine hat diese beiden Zahlen zueinander addiert. Die Zustandsübergangstabelle enthielt also ein Additionsprogramm, mit dem wir zwei Zahlen, die in unnäherer Kodierung in der beschriebenen Weise auf dem Band der Turing-Maschine stehen, zueinander addiert haben. Man kann sich jetzt überlegen, dass dieses Programm mit beliebigen unnäheren Zahlen rechnen kann. Wenn wir also nicht die Zahlen 3 und 2 hier liegen hätten, sondern zum Beispiel die Zahlen 1 und 4, würde das Programm auch funktionieren. Und das würde es auch, wenn wir größere Zahlen hier liegen hätten. Unsere Maschine, die wir gebaut haben, die Turing-Maschine mit dieser Zustandsübergangstabelle, ist eine Maschine, die zwei Zahlen in unnäherer Kodierung zueinander addiert. Wir haben also mit der Zustandsübergangstabelle ein Additionsprogramm für die Turing-Maschine geschrieben. Jetzt haben wir also einmal eine Ausführung der Turing-Maschine für ein gegebenes Programm gesehen und die Maschine dieses konkrete Programm abarbeitet. Was sind nun die Bestandteile dieser Turing-Maschine? Wir brauchen zum einen natürlich dieses Band. Wir müssen aber vor allem sagen, was für Zeichen auf diesem Band liegen können. Das ist das sogenannte Bandalphabet. Wir erinnern uns an die Grammatiken zurück. Da hatten wir auch ein Alphabet. Das waren unsere terminalen Zeichen. Hier haben wir ebenfalls ein Alphabet, eben das sogenannte Bandalphabet. Das sind die Zeichen, die potenziell auf dem Band stehen können, sowie das Leerzeichen, sprich die leere Zelle. Wir haben außerdem ein Eingabealphabet. Das sind die Zeichen, die anfangs auf dem Band stehen. In unserem Fall waren das dieselben. Schwarze und weiße Steine und das Leerzeichen. Das müssen aber nicht dieselben sein, sondern es können auch weniger Zeichen sein, als wir im Bandalphabet haben, aber natürlich nie mehr, denn sie stehen ja irgendwann auf dem Band. Dann haben wir Zustände. Das war in dem Beispiel unser Würfel. Er hatte in unserem Fall sechs Zustände. Er kann aber sehr viele haben. Einer davon ist der Anfangszustand. Das war bei uns der Zustand 1, in dem sich die Maschine ganz am Anfang befand, als die Maschine startete. Ähnlich wie beim Startzeichen einer Grammatik müssen wir hier sagen, welcher der Anfangszustand ist. Es muss dann mindestens ein, kann aber mehrere verschiedene Endzustände geben. Die Maschine hält an, sobald sie einen solchen erreicht. In dem Beispiel eben war das der Zustand 0. Zustand 0 ist bei mir die Kennzeichnung für den Endzustand gewesen. Wir können auch mehrere Endzustände festlegen und zum Beispiel sagen, Zustand 4 und 5 sollen ebenfalls Endzustände sein. Sobald wir einen dieser Endzustände erreichen, hält das Programm an. In diesem Beispiel war nur der Zustand 0 ein Endzustand. Die Zustandsübergangsfunktion, die wir gerade gesehen haben, also diese große Tabelle, ist gewissermaßen das Programm der Turing-Maschine. Das ist nicht so ein Programm, wie wir das mit den Programmiersprachen im Folgenden noch kennenlernen werden, aber sie legt für jeden Zustand fest, was zu tun ist. Und damit können wir dann die Algorithmen durchführen, weil immer klar festgelegt ist, was in welcher Situation zu machen ist. Alle Zustände müssen beschrieben sein. Es darf nicht passieren, dass die Maschine in einen Zustand kommt, der von der Zustandsübergangstabelle nicht erfasst ist. Deshalb funktioniert die Maschine dann auch garantiert immer und sie legt jeweils fest, in welchen Zustand die Maschine dann wechselt, in welche Position wir also den Würfel drehen, welches Zeichen an der Stelle, wo sich der Kopf gerade befindet, auf das Band geschrieben werden soll. Das waren bei uns immer die weißen oder schwarzen Steine oder nichts, also das Entfernen eines Steins und die Angabe, in welche Richtung der Kopf bewegt werden soll. Alle diese Dinge müssen für jede möglicherweise auftretende Konstellation in der Zustandsübergangsfunktion festgelegt sein. Das ist dann das Programm unserer Turing-Maschine. Was haben wir denn nun mit dieser Maschine erreicht? So einfach und simpel sie wirken mag, ist es tatsächlich so, dass diese Maschine ein sehr mächtiges Konstrukt ist und uns im Grunde genommen erklärt, was in der Informatik möglich ist, was mit Computern möglich ist und was eben nicht möglich ist. Dazu fragen wir zunächst einmal nach, was es denn heißen soll, dass diese Maschine eine Funktion berechnet. Nun, das sagen wir dann, wenn es einen Algorithmus gibt, der von dieser Maschine ausgeführt werden kann, sprich in einer solchen Zustandsübergangstabelle kodiert werden kann und dann irgendwann zum Ende kommt. Dann hat die Maschine etwas auf dem Band stehen, im weitesten Sinn irgendetwas berechnet. In unserem Fall gerade hat sie eine Addition durchgeführt. Manchmal würde sie einfach vielleicht am Ende nur eine Eins oder eine Null oder einen schwarzen oder einen weißen Stein ausgeben, um damit sozusagen ein Ja oder Nein zu symbolisieren. Wenn die Maschine also zu irgendeinem Ergebnis kommt, wäre dementsprechend diese Funktion berechenbar. Die Church-Turing-These, benannt nach Alonso Church und Alan Turing, besagt nun, dass die Klasse der von der Turing-Maschine berechenbaren Funktionen identisch ist zur Klasse der intuitiv berechenbaren Funktionen. Dies ist eine These, nicht etwas, das man formal beweisen kann, denn allein der Begriff intuitiv berechenbar ist schon nicht klar definiert. Gemeint ist damit, dass alles das, was wir als Menschen berechnen können, also wo immer wir eine Funktion angeben können, wo wir etwas formalisieren können, vergleiche den Anfang unserer Vorlesung bzw. dieser Videoserie vor ein paar Wochen auch an eine Maschine delegieren können. Mit anderen Worten, jede Funktion, deren Ergebnis sich auf irgendeine Weise berechnen lässt, kann auch durch eine Turing-Maschine berechnet werden. Das ist die Essenz dieser Turing-Maschine und insofern ist sie das Standardmodell für Berechenbarkeit in der Informatik. Reflektieren wir noch einmal ein wenig und überlegen noch einmal, was wir zuletzt gehört hatten zum Thema Algorithmen. Wir hatten da verschiedene Kriterien kennengelernt, fünf Stück insgesamt, die ein Verfahren erfüllen muss, damit wir es als einen Algorithmus bezeichnen können. Die hechele ich hier auf dieser Folie einmal durch. Unser Programm für die Turing-Maschine enthält nur elementare Anweisungen, nämlich das Lesen eines Zeichens, die Änderung des Zustands, das Schreiben eines Zeichens, das Bewegen des Kopfes. Das ist alles, was diese Maschine macht und das sind ganz klar elementare Anweisungen für ein ausführendes Organ. Es kann nicht sein, dass wir irgendwann in einen Zustand kommen, in dem die Maschine nicht weiter arbeiten kann, weil nicht klar wäre, was als nächstes zu passieren hat. Sie ist präzise und eindeutig, denn die Befehle sind klar formuliert, es ist klar, was in welcher Situation zu tun ist. Sie ist determiniert, weil es in jedem Zustand genau eine Regel gibt, die anzuwenden ist. Es gibt auch nicht-deterministische Turing-Maschinen, aber mit denen wollen wir uns an dieser Stelle nicht weiter beschäftigen. Die Formulierung unseres Programms ist endlich, denn das Programm ist ja in Form dieser Tabelle aufgeschrieben und die ist offensichtlich endlich groß, denn sie hat ja eben auf diese Folie gepasst. Wenn die Maschine irgendwann zu einem Ergebnis kommt, schließt die Ausführung auch nach endlich vielen Schritten ab. Es könnte natürlich sein, dass unser Programm niemals zu einem Ende kommt. Dann hätten wir tatsächlich keinen Algorithmus geschrieben. Aber jedes unserer Programme für die Turing-Maschine, das wir geschrieben haben und das auch irgendwann endet, erfüllt diese Voraussetzung. Und schließlich sollte unser Programm ein gegebenes Problem für verschiedene Eingaben lösen. In dem Beispiel eben war es egal, welche Zahlen wir zu Beginn auf das Band geschrieben hätten. In jedem Fall wäre unsere Berechnung korrekt gewesen, sofern wir die richtige Syntax bei der Notation der Zahlen und dem Eingabeband eingehalten hätten, dass unsere beiden Summanden nämlich jeweils durch schwarze Steine am Rand begrenzt sind und dazwischen ein Leerzeichen steht. Die Church-Turing-These besagt, dass sich jedes algorithmisch lösbare Problem durch ein Programm für eine Turing-Maschine lösen lässt. Die Turing-Maschine ist in dem Sinn also eine symbolische Maschine, wie Sibylle Krämer das formuliert hatte. Sie ist vom Prinzip her ein universeller Computer, mit dem wir beliebige Probleme lösen können, sofern sie sich algorithmisch fassen lassen. Algorithmisch heißt in diesem Fall in Form einer solchen Zustandsübergangstabelle, was allerdings sehr schwierig ist. Diese Zustandsübergangstabelle ist sehr schlecht handhabbar und wir werden eher keine größeren Programme in dieser Form schreiben können. Komplexere Berechnungen auf diese Weise durchzuführen, wird schon ordentlich anstrengend und deshalb programmiert man im Allgemeinen eben keine Turing-Maschinen, sondern wir haben andere Mechanismen, mit denen wir das tun. Über das Programm, das wir hier gerade gesehen haben, muss man noch einmal einen kleinen Moment nachdenken. Wenn wir normalerweise einen Computer vor uns haben, ist das Programm in dem Computer. Wir haben uns nicht näher angesehen, wie und wo, aber es ist im Inneren des Computers. Das ist im Fall der Turing-Maschine zunächst einmal nicht so. Wie wir die Turing-Maschine hier gerade gesehen haben, war das Programm extern, denn es liegt ja nicht auf dem Band vor, sondern in der außerhalb der Maschine liegenden Zustandsübergangstabelle. Die Funktionsweise der Maschine können wir verändern, indem wir eine andere Zustandsübergangstabelle erstellen. Wenn wir eine andere Tabelle benutzen, also gewissermaßen ein anderes Programm, wird dieselbe Maschine, die nur diese elementaren Befehle kennt, wie gerade besprochen, natürlich ein ganz anderes Problem lösen, also ein ganz anderes Programm ausführen. Man kann also davon sprechen, dass diese Zustandsübergangstabelle ein Programm für die Turing-Maschine ist. So habe ich das ja eben auch schon mehrfach bezeichnet. Alan Turing hat aber bewiesen, dass man dieses Programm wiederum so kodieren kann, dass man es auf dem Band der Turing-Maschine selber speichern kann. Wir kodieren dafür alle Zustandsübergänge, alle zu schreibenden Zeichen und so weiter. Alles das müssen wir irgendwie in dieser Maschine kodieren, sodass es in den Zellen dieses Bandes steht. Das ist alles andere als einfach. Dafür muss man sich wirklich mal eine ganze Weile Zeit nehmen, um zu verstehen, wie das funktioniert. Das werden wir in dieser Vorlesung, in dieser Videoserie nicht machen, denn da kommen wir ganz klein in die theoretische Informatik, in die Berechenbarkeitstheorie und da verlassen wir den Bereich einer Einführung in die Informatik. Wen das interessiert, der muss sich da einmal ein gutes Buch nehmen, in dem das beschrieben ist, zum Beispiel das Erwähnte von Joseph Weizenbaum. Wenn wir eine solche Kodierung vorgenommen haben, liegt das Programm in der Maschine, weil es ja selber auf dem Band liegt. Damit haben wir dann eine Maschine geschaffen, die wir in der Weise programmieren können, dass wir nur das Band selber modifizieren müssen, weil wir die Zustandsübergangstabelle nun auf dem Band liegen haben. Modifizieren wir also nur noch das Band selber und schreiben damit ein neues Programm in diese Maschine hinein. Damit ist die Turing-Maschine also selber zu einer programmierbaren Maschine geworden, die wir zu beliebigen Zwecken umkonstruieren können. Das ist auch genau das, was wir immer auch mit Computern machen. Wir schrauben unsere Computer nicht auf, damit sie eine andere Funktion ausführen. Wir müssen das Gerät nicht neu verkabeln, wenn wir ein anderes Programm ausführen wollen, sondern wir programmieren ihn um. Das heißt, unsere Programme sind symbolischer Natur. Sie sind also selber als Symbole innerhalb des Computers gespeichert, so wie eben die Zustandsübergangstabelle bei dieser universellen Turing-Maschine in Form von Zeichen in der Maschine liegt, also auch da in Form von Symbolen auf dem Band vorliegt. Die Turing-Maschine ist, so simpel wie sie wirkt, ein wichtiges Konstrukt für die Informatik, mit dem wir uns hier aber nicht weiter beschäftigen wollen, weil sie mit realen Computern zwar eine Menge zu tun hat, aber vom Aufbau und von der ganzen Funktionsweise doch recht weit entfernt von ihnen ist. Wir wollen uns stattdessen im nächsten Video ein anderes, ebenfalls theoretisches Konstrukt angucken, das schon viel näher an dem liegt, wie ein Computer tatsächlich aufgebaut ist und funktioniert. Die sogenannte Register-Maschine. Aber das ist dann unser Thema für das nächste Video und die Turing-Maschine soll uns hier nicht weiter begleiten. Dieses Video ist eher eine Hintergrundinformation für diejenigen, die das interessiert und die einen allerersten Eindruck davon bekommen möchten, was in der theoretischen Informatik so getrieben wird. Und keine Sorge, die Turing-Maschine wird weder in der Klausur eine Rolle spielen, noch bei den Übungsaufgaben. Tschüss, bis zum nächsten Video.